Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem recht kurzen, aber doch sehr interessanten Thema, denn es gibt nach längerer Zeit mal wieder Beef zwischen Gloria Glumatz und Nikola Glumatz. So, die beiden sind mittlerweile schon ja bereits recht lange getrennt und nun gab es aber mal wieder ein bisschen Social-Media-Streit. Das Ganze begann hiermit. Also, der Blitzlichtgewitter-Podcast, Grüße gehen raus, hat mal wieder die beiden thematisiert. So, und zwar, weil ja Nico im Moment bei Aito ist. Und Gloria hat das hier geteilt und das Folgende dazu geschrieben. Es könnte mich tatsächlich nicht weniger interessieren. Er soll machen, was und mit wem er will. Hashtag Resterampe. Ich finde sein Verhalten bei Aito einfach nur peinlich und bin gottfroh, wenn meine Anwältin nächste Woche die Scheidung bei Gericht einreichen kann. Falls ihr das nicht wisst, die beiden sind noch nicht geschieden, weil man ja erst mal dieses Trennungsjahr machen muss. So, komm mal, weil das Trennungsjahr dann endlich rum ist. Ja, hätte ich auch einfach weiterlesen können. Ich will auch ehrlich gesagt mit ihm nie wieder in Verbindung gebracht werden. Wie er zu Hause, wo keine Kameras waren, wisst ihr nämlich alle nicht. Schönen Sonntag. So, mit drei oder vier Ausrufezeichen. Dann ging es noch ein bisschen weiter. Und zwar hat sie hier Bilder von sich selbst gepostet. Und einmal hier von damals, wie sie geguckt hat, ne, with the wrong person schreibt sie dazu, also mit der falschen Person. Und hier rechts sieht man sie mit ihrem neuen Freund, dem Schlawiner, with the right person. So, und dann einmal, ne, einmal das Gesicht und einmal der Körper mit dazu. Und sie schreibt, wenn ein Paar sich trennt, braucht man nicht beide Seiten anhören. Man muss nur schauen, wer von beiden einen Glow-Up hat. Ja, ich würde das jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben. Ich kenne die beiden ja nicht persönlich. Wir waren auch alle nicht dabei, wenn die ihre Streitigkeiten zu Hause hatten. Mit Sicherheit haben beide irgendwo einen Anteil gehabt. Wir haben ja auch bei Temptation Island gesehen, dass sich meiner Meinung nach nicht nur Gloria falsch verhalten hat. Also klar, Gloria ist sehr, sehr oft total ausgerastet, hat beleidigt und so. Aber Nikola hat sich eben auch meiner Meinung nach falsch verhalten. Der war extrem touchy mit den Mädels. Der ist viel zu weit gegangen, auch meiner Meinung nach. Also, dass der Nikolai jetzt irgendwie der perfekte Ehemann war, das habe ich auch damals schon nicht so gesehen. Aber durch ihr Verhalten, auch bei Prominent getrennt, hat sie eben maßgeblich dazu beigetragen, dass das auch draußen so angekommen ist. Ich glaube tatsächlich bei den beiden, dass beide eine Schuld haben. Wie das jetzt prozentual irgendwie verteilt ist, vermag ich nicht zu beurteilen. So, weiter geht's. Über diese Stories, die ich euch gerade vorgelesen habe, hat dann die Seite InLoveWithTrashTV, die ich hier ja wirklich sehr, sehr oft erwähne und auch hier gehen wieder Grüße raus, einen Artikel bzw. einen Post reingestellt. Mit einer Unterschrift hier. Das brauchen wir jetzt nicht durchlesen, weil wir uns das ja gerade schon angeschaut haben. Wir wissen also, was Gloria gesagt hat. Und diesen Post von InLoveWithTrashTV hat Nikola kommentiert. Das lese ich jetzt eben vor. Also, einfach nur krank, dass sie mich immer wieder in ihrer Story erwähnt und mich mit dem Typ von ihr vergleicht. Immer wieder dasselbe. Eigentlich wollte ich nichts dazu sagen, aber wenn sie wirklich so glücklich mit ihrer Beziehung ist, so wie sie immer behauptet, dann soll sie mich einfach in Ruhe lassen. Egal, mit welcher Frau ich was hatte, das geht sie gar nichts an. Hab seit unserer Trennung nicht mal ein einziges Story gemacht, da wo sie das Thema war. Weil ich ihr einfach alles gönne und ich bin happy, weil sie glücklich vergeben ist. So, ein paar Antworten. Falls euch die interessieren, könnt ihr euch die ja noch durchlesen. Das ist jetzt von Privatpersonen. Aber wir wollen natürlich darauf schauen, was Gloria Nico geantwortet hat. Und zwar schreibt Gloria das Folgende. So, rangezoomt. Nikola Glumatz, hör doch auf mit deiner Mitleidsnummer. Soll ich mal paar tolle Fotos und Videos posten, wie du wirklich bist? Zwinker-Emoji. Dann wird niemand mehr sagen, wie toll und was für eine schöne Seele du hast, du böser, ekelhafter Mensch. Schon alleine, dass du Tara, in Klammern dein Hund, nach einem Monat abgegeben hast, weil sie dir zu anstrengend war, zeigt schon genug, was für ein ekelhafter Mensch du bist. Und ich muss nicht jedes Wochenende meine Lehre mit Frauen füllen und die alle nach Strich und Faden belügen. Dein Hobby ist es, dass sich Frauen in dich verlieben und sie dann zu verarschen. Aber das sieht man ja jetzt bei Aito genug. Lachender Emoji. Und hör auf, über meine jetzige Beziehung zu urteilen, sonst wirst du mich richtig kennenlernen. Echt kein Bock mehr auf dein Fake-Getue. Erst wolltest du zu Aito, als wir noch zusammen waren, und du nicht mal Single warst und jetzt bei Aito hast du auch gelogen. Aber das kommt noch raus. Also sei schön leise. Eventuell meint sie hier diese Geschichte mit Nadja. Das habe ich ja letztes Mal thematisiert beziehungsweise auch auf Insta gepostet, dass es da ja ein Gespräch zwischen den beiden gab, wo Nadja gesagt hat, ja, du weißt wieso. Und Nico antwortete, stopp, stopp. Und Nadja sagte dann, ich wusste das, wenn wir hier reingehen. Oder wusste, dass das genauso kommt, wenn wir hier reingehen. Also sinngemäß. Das hat sich so ein bisschen so angehört, als würden die beiden sich schon vorher gedatet haben. Und es gab ja auch die Gerüchte, dass zwei Teilnehmer sich angeblich schon vor der Show gedatet haben sollen. Ob das so ist, weiß ich nicht. Vermag ich ebenfalls nicht zu beurteilen. Aber ja, ich würde sagen, die Quintessenz ist, dass jeder oder besonders die beiden froh sein können, dass sie eben getrennt waren. Weil ich glaube, dass diese Beziehung tatsächlich für beide nicht gut war. Gut, das war's auch schon. Jetzt seid ihr wieder gefragt. Schreibt gerne in die Kommentare. Seid ihr Team Nicola? Seid ihr Team Gloria? Oder habt ihr irgendwie ein bisschen Verständnis für beide? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen beziehungsweise fürs Zuhören. Like nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Mua! Bis zum nächsten Mal.